Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Komm, werden wir's. Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht können Sie Stiefs an Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Vielen Dank.